Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, die Königin der Kelche. Ich begrüße euch wieder ganz herzlich auf meinem Kanal. Ja, lasst uns mal schauen. Ich habe heute wieder die Klassikerlegung für euch mitgebracht. Wem das Mischen jetzt so lange dauert, der spult einfach bitte vor. Und wer nicht genug von mir kriegen kann, bleibt einfach bitte dran. So, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt genau gesehen habt, aber ich habe jetzt ganz souverän die Karten hier gemischt. Ich sage ja immer so schön, für Las Vegas hätte es nicht gereicht. Da müssen wir doch noch ein bisschen üben. So, ich knüpfe jetzt mal die Legung an der letzten Legung an. Das war ja jetzt nun wirklich gefühlt eine sehr emotionale Legung. Und ich will heute einfach mal schauen, wie geht's weiter, beziehungsweise haben wir eine ganz andere Energie, was hier jemand über dich denken könnte, was im Hintergrund abgeht, was auf der Gefühlsebene so losi ist, wovor man Angst hat und was wäre hier der mögliche Ausgang. So, ich würde sagen, lange Rede, gar keinen Sinn, wir legen einfach mal losi. Lieber Gott, wer darf hier heute angesprochen werden? Für meine lieben Zuschauer, für meine lieben Abonnenten, bitte gebt mir Botschaften. Was denkt denn hier eine bestimmte Person über dich? Es kann natürlich auch euch beide betreffen, ganz wichtig. Aber meistens kristallisiert sich das ja dann sowieso raus, wo der Hase hier hin hoppeln möchte. Lass uns einfach mal schauen. Ich mische hier jetzt einfach mal eine Runde für euch, was hier so im Köpfle losi ist. Und wie gesagt, ihr müsst euch jetzt den Mischprozess nicht antun, wem das Mischen so lange dauert, der spult bitte vor. Und wer nicht genug von mir kriegen kann, bleibt bitte dran. Es hatte eine liebe Seele unter meinen Kommentaren geschrieben. Königin, du musst es unbedingt sagen. Du hast vergessen zu sagen, wer nicht genug Vermögen kriegen kann, bleibt bitte dran. Ihr kennt das. So, was geht hinter den Kulissis ab? Was wir nicht erkennen, beziehungsweise auch die Frage, warum meldest du dich nicht? Was fällt dir ein? Komm mal klar. Was ist so losi bei dir? So, lasst uns mal schauen. Da will ich mal noch eine Karte bitte haben. Die wollte. Dankeschön. Und jetzt kommt natürlich die Frage aller Fragen. Liebt man dich? Wie sieht es auf der Emotions Ebene aus? Was ist los mit Gefühlen? Selbst wenn hier irgendwie ganz viel Munche-Buru ist. Aber was könnte man hier für dich empfinden? So, Dankeschön. Supi-Dupi. Dann nehme ich die doch. Und jetzt wollen wir wissen, wovor hat er Angst? Und dann sage ich ja auch immer so schön, oder ist er völlig schmerzfrei. Ist man hier völlig schmerzfrei oder hat man hier irgendwelche Ängste? So, jetzt schauen wir mal in den möglichen Ausgang, wenn alles in die Hose geht. Gibt es trotzdem noch irgendetwas Schönes? Einen schönen Ausgang oder etwas, was für dich wichtig sein könnte? Also, lasst uns mal schauen, wo, wie gesagt, der Hase hinhoppeln möchte. So, ich denke, drei reichen. Wenn es noch was zu klären gibt, kläre ich natürlich auch. Unterm Kartendeck haben wir die Sonne. Wow, schau dir das an. Das ist wunderschön. Oh, jetzt blinkt mein Great hier. Wartet mal. Passt auf, wir machen das so. Ich kann ja jetzt hier nicht Pause machen. Da muss ich auch wieder mal gucken, wie das technisch möglich ist. Ich gucke jetzt kurz hinter die Kamera und gucke, ob da noch alles in Ordnung ist. Und ihr genießt einfach vielleicht auch selber mal die Sonne oder freut euch drauf, dass das Hauptthema die Sonne ist. Ich bin ja gleich wieder da. So, gibt es hier was zu klären? Nö, alles gut. Gut, dann packe ich die Fernbedienung vielleicht mal, wo packe ich denn die hin? Guckt euch das mal an, das nervt dann übelst. Und wenn du hier intuitiv reingehen sollst und merkst dann, wie das hier blinkert. Aber das gibt es ja nur bei der Königin, ne? Da ist ja immer alles nicht geplant. So, schauen wir mal. Wir haben die Sonne. Wow. Also eine schöne Hauptenergie. Die beste Hauptenergie eigentlich ever. Worum es hier vielleicht heute gehen darf. Die Sonne. Vielleicht bist du hier für jemanden tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes die Sonne. Du gibst viel Wärme, viel Kraft, viel Energie. Die Sonne steht aber auch für einen Neuanfang. Wenn man jetzt mal auf andere Kartendecks schaut, dann reitet ja sozusagen ein kleines Baby, ein kleines Kind, nackend auf einem weißen Pferd. Und das steht auch dafür, dass man vielleicht einen reinen Neuanfang beginnen möchte. Etwas, was gefühlt nicht befleckt ist. Das kriege ich auch so rein. Irgendwie, dass man sich hier sagt, hey, lass uns nochmal von Neuem anfangen. Das kann natürlich auch für dich stehen, weißt du? Dass du dann irgendwie sagst, komm mit mir der Sonne entgegen. Das kriege ich hier irgendwie gerade so rein. Vielleicht nimmst du auch dein inneres Kind an die Hand und sagst, hey, wir gehen jetzt der Sonne entgegen. Ja, kann natürlich auch sein. Wichtig bei der Karte ist es aber auch hier zu erkennen, dass zu viel Sonne, zu viel Wärme auch das Gegenteilige hier erreichen werden. Was passiert, wenn die Sonne auf die Blümchen blüht, auf die Blümchen scheint, wenn das zu lange ist, zu heiß wird, irgendwann verbrennt man. Und es kann sein, dass ich hier auch so eine Energie habe, dass man das Gefühl haben könnte, das ist mir zu heiß. Nicht, dass ich mir die Finger verbrenne. Das ist sozusagen dann auch wieder die Schattenseite von dieser Karte. Gleichzeitig ein guter Freund, der wird jetzt bestimmt auch zuschauen, der hatte mir auch den Impuls mal gegeben. Das fand ich so faszinierend und da freue ich mich auch drüber, dass ich da heute drüber sprechen darf. Könnte es um die bedingungslose Liebe gehen. Also das heißt, dass sich hier jemand zum Auftrag, Mikro, dass ich, ich bin gleich durch, ich habe mich gleich geordnet, dass hier jemand sich vielleicht zu einer Richtschnur, irgendeinen Wegweiser hier nutzt und findet, wie man demnächst das Leben wuppen könnte. Ja, also hier geht es darum zu lieben, bedingungslos zu lieben, wie die Sonne. Das heißt, die Sonne bestrahlt die guten, aber auch die schlechten Seiten. Und du sollst nichts weiter tun, als zu strahlen. Ja, dein göttliches Selbst in dir hier zu finden und dich gefühlt auch nicht in Angelegenheiten einmischen, die dir auch gar nichts angehen. Weil wirklich ein sehr guter Freund von mir hat, ist auch sehr spirituell unterwegs und gibt da auch immer sehr wertvolle Impulse. Und er hat da auch mal so zu mir gemeint, jetzt habe ich den Faden schon wieder verloren, weil der Tisch geknarkst hat, der wackelt. Da hatte ich auch einen Kommentar bekommen, Königin, kannst du das nicht hinkriegen? Ja, ich habe schon was drunter gepackt. Aber es geht wieder nicht. Ja, und er hatte eben auch zu mir gesagt, jeder Mensch hat ja hier seine Berechtigung. Und jeder Mensch macht irgendwo auch seine eigenen Erfahrungen. Ja, und wenn wir da anfangen und wollen da sagen, halt, stopp, nein, spring nicht, dann könnten wir tatsächlich noch der Manipulator sein in dem Leben des anderen, für den es tatsächlich gerade wichtig wäre, eine solche Erfahrung zu machen. Was jetzt natürlich nicht heißen soll, wenn ihr jetzt jemanden in Not seht, der sich jetzt, das war jetzt ein scheiß Beispiel, der jetzt hier irgendwo von der Klippe runterspringen will, heißt es jetzt nicht, ja, lasse werden, lasse geschehen. Nein, so ist es nicht gemeint, aber im übertragenen Sinne, wenn du könntest merken, dass dein Wunschpartner, deine Wunschpartnerin sich vielleicht in einem Umfeld befindet, was ihm oder ihr nicht gut tut. Ja, vielleicht sind da vielleicht auch Menschen im Hintergrund, die intervenieren, die vielleicht auch in eure Verbindung intervenieren könnten. Dann ist es aber so, dass du diese Situation bedingungslos in Liebe annehmen solltest, denn wenn du für dich weißt, was wahr ist, was gut ist, was schön ist, super, ja, dann findest du das Göttliche in dir. Aber die andere Person muss leider die Erfahrung eben noch machen, bis sie wahrscheinlich dann wirklich aufprallt und vielleicht auch merkt, dass du es bist, dass du es vielleicht immer ehrlich gut oder was weiß ich gemeint hast. Die Sache liegt darin, was ich dir sagen will. Bleib bei dir, in deinem göttlichen Sein und wir sehen das Gute ohne die Schattenseiten nicht. Gäbe es keine Schattenseiten, würden wir die guten Seiten nicht erkennen. Und das heißt, diese Gegensätzlichkeiten sollten wir beide lernen zu lieben. Und wenn man das für sich begreift und so einen Weitblick erhält, dann kann es so weit kommen, dass hier jemand eine geistige Richtschnur findet, um sein, ihr Leben zu wuppen. Das kann euch beide auch betreffen. Ansonsten, jetzt gehe ich mal von dem Spiritus weg. Ist es wirklich so, dass hier auf einmal viel Wärme, Herzenswärme ins Leben kommen möchte, ein Neuanfang, der gestartet werden möchte. Oder einfach eine Situation, die dich auch zum Strahlen bringen könnte. Also hier könnte jemand demnächst auch sehr optimistisch vorgehen wollen. Vielleicht auch in deine Richtung. Lasst uns einfach mal schauen. Wohin hoppelt Hase? So, okay. Lange Rede, gar keinen Sinn. Lasst uns wirklich mal schauen, was hat denn er oder sie für Gedanken in deine Richtung. Ich lege erst mal auf. Oh, was haben wir hier? Wir haben die sieben der Schwerter. Wir haben den Künstler. Zeige ich euch gleich. Den König der Stäbe und der Mond. Also als allererstes mit den sieben der Schwertern ist es so, dass jemand den Gedanken hat, dass du dich vielleicht aus einer Sache verpieselst. Dass du gehst. Oder jemand, wenn du wirklich aus einer Sache gegangen bist, denkt hier jemand auch wirklich dran an dein Gehen. Und zusammen mit dem Künstler ist es so, dass jemand aber, ich muss es so sagen, der Grund für das Gehen war hier, dass man, dass hier jemand lieber den Spatz in der Hand hatte, als die Taube auf dem Dach. Und das ist irgendwie, sehe ich hier, dass dich jemand als Täubchen auf dem Dach gesehen hat. Also ich habe so viele Beispiele mit Tauben aktuell. Was auch wieder für die, ich habe so die weiße Taube, die ich da aber auch immer vor mir sehe, was auch wieder für Reinheit steht. Wie das weiße Pferd bei der Sonne im anderen Kartendeck. Reinheit, vielleicht auch ein bisschen naiv sein, gutgläubig, vielleicht auch zu optimistisch. Aber hier ist ja eine Situation, wo Hermes ist, der sich ein Abbild macht von dem Himmel auf Erden. Warum macht er sich ein Abbild? Jetzt hat der Tisch bitte auch geknackst, sorry. Warum macht er sich ein Abbild? Weil er glaubt, dass er den Himmel auf Erden mit dir nicht haben kann. Und man schleicht sich davon. Man geht weg und gibt sich mit einer Kopie zufrieden. Und das hat wirklich etwas damit zu tun, weil er hier checken könnte, als ein König der Stäbe. Das heißt, dieser König der Stäbe ist ja ansonsten sehr leidenschaftlich hier unterwegs. Also wenn man hier was will, dann will man auch etwas wirklich richtig haben. Und hier checkt aber dieser König so langsam, wenn ich etwas richtig haben will, dann müsste ich durch meine Angst gehen. Dann gibt es Dinge, die so im Verborgenen sind hier. Wir haben ja auch hier wieder, hier haben wir kurioserweise den Mond, das Unbewusste. Etwas, was vielleicht auch gerne die Sonne bestrahlen möchte. Sonst sieht man ja die Ängste nicht. Also müsste man ja quasi aus seinem Moloch mal rauskommen und ein paar Dinge hier erzählen, was so los ist bei euch. Aber hier ist jemandem klar, dass man sich verpieselt und dass man Angst davor hat, wenn ich hier zurückkomme und jetzt mal wirklich auf die Taube auf den Dach setze. Genau, dann müsste ich ja meine Ängste überwinden oder dann müsste man ja etwas, was im Verborgenen einfach liegt, wie zum Beispiel Ängste, eine verborgene Liebe, schlaflose Nächte habe ich auch hier. Ich habe auch Albträume. Ja, dann müsste ja hier jemand aber gefühlt über seinen Schatten springen. Und das ist, glaube ich, die beste Aussage, die ich hier habe. So. Und wenn man hier so an dich denkt, dann ist es so, dass man tatsächlich eher über seine Fehler nachdenkt. Und nicht speziell an dich, sondern das, was in eurer Verbindung schiefgelaufen ist. Das ist nämlich, dass hier jemand eine Einsicht erhält. Ich hätte hier den Himmel auf Erden haken können, aber wäre ich nicht so ein Schisser gewesen, dann hätte ich hier, dann hätte ich das bekommen. So auf die Art kriege ich das rein. Ja, es ist so ein, sich einfach wegschleichen von Gesprächen, Kommunikation, von dem, wo man vielleicht selber nicht mehr dran glaubte, bekomme ich das überhaupt. Ja, und dann kann es tatsächlich sein, dass hier jemand eine Einsicht erhält und merkt, Scheiße, ich habe einfach, ich habe Angst, über meinen Schatten zu springen. Ja, und das hat nichts mit dir zu tun, das hat wirklich hier etwas mit einem König der Stäbe zu tun. Ja, und plötzlich ist es auch so, dass, ja, man schleicht sich vom Himmel auf Erden, schleicht man sich weg, weil eine Person es nicht hinbekommt, hier dieser König, etwas ans Tageslicht zu bringen oder, naja, über seine, ihre Ängste einfach zu reden. Das kriege ich auch so rein, oder? Hier springt jemand, schafft es jemand nicht, über seinen Schatten zu springen, eine verbindliche, eine Sache zwischen euch verbindlich zu machen, beziehungsweise sich den Himmel auf Erden zu holen. Und dann kriege ich auch gleich wieder so rein, es war auch so ein wunderschönes Seminar, was ist Glück? Weil der Himmel auf Erden, das gibt es ja jetzt nicht in dem Sinne. Aber was können wir für unser Glück tun, um uns den Himmel auf Erden zu holen? Und das ist wirklich erst mal auf psychologischer Sicht, ich weiß, ich fange jetzt wieder damit an, wo einige sagen könnten, ja, ich komme noch nicht mal mehr aufs Wort, weil es sinnlos ist. Aber hier ist es wirklich so, Glück ist auch ein stabiler Partner. Und hier ist eine Situation, hier hätte man gerne den Himmel auf Erden mit einer Person, die aber emotional nicht stabil ist. Und jetzt beißt sich das auch gerade so ein bisschen. Ist es wirklich der Himmel auf Erden? Oder ist hier wirklich jemand bereit, an seiner emotionalen Instabilität zu arbeiten? Und das gilt jetzt aber nicht an all die, die wirklich keinen Bock mehr haben auf die Verbindung. Ja? Weil dann ist es finito. Was geht denn hinter den Kulissen ab? Lasst uns einfach mal schauen. Wir haben einmal den Ritter der Münzen. Wir haben die drei der Schwerter. Wir haben den Page der Stäbe. Ach, das sind ganz schön viele, die kann ich gar nicht in der Hand nehmen. Ich lege sie erst mal so auf und halte sie euch dann in die Kamera. Ach nee, das ist ja hier dann schon das Ende. Okay. Wow. Also, puh, hier ist wirklich etwas. Also, dein Wunschpartner, deine Wunschpartnerin. Natürlich kannst es jetzt auch du sein. Es kann auch dich repräsentieren. Wenn du jetzt die Person bist, die lieber davon weggegangen ist, sich den Himmel auf Erden zu holen, dann habe ich hier, dass man sehr traurig ist. Hinter den Kulissen ist eine bestimmte Person. Das, was du vielleicht nicht sehen könntest. Hier gab es definitiv Möglichkeiten, um etwas dauerhaft wirklich in die Beständigkeit zu bringen. Aber man hat das Gefühl, man kann nicht anders, als wirklich hier jemanden zu enttäuschen. Das ist Herzschmerz. Das ist Liebeskummer. Das ist Herzschmerz. Das ist Liebeskummer, weil man in der Situation wirklich einen mitreisenden Impuls irgendwie verspürt hatte, dass man dachte, wow, ich kann nicht nein sagen. Das mache ich. Da gehe ich mit. Und im Endeffekt kann ich dir sagen, hier ist jemand mega traurig und weint. Das kannst jetzt, wie gesagt, natürlich du sein. Ja, also umgedrehterweise ist es so, dass hier auch jemand spüren könnte, dass man dich sehr enttäuscht hat, dass man, das ist hier schon wieder so lange Rede gar keinen Sinn. Andererseits kann es aber auch hier heißen, wenn du jetzt die Person bist, die sich wirklich weggeschlichen hat, hat sich dann so gedacht, nö, ich melde mich nicht und warum auch immer, weil du vielleicht nicht über deinen eigenen Schatten springen konntest, dann kann ich dir sagen, hier ist eine Person im Hintergrund, die hat da dran geglaubt, dass etwas auf lange Sicht wirklich stabil werden könnte. Und es ist auch so, dass hier eine Person ist, die auch jetzt daran glauben könnte, dass man auf lange Sicht durch diesen Liebeskummer wirklich durchgehen muss, durch eine Trennung durchgehen muss. und das tatsächlich nur noch als einen Punkt sehen kann, damit das Ganze läuft, dass hier jemand sagt, okay, dann sitze ich halt jetzt zu Hause und weine, habe Kummer und tue hier alles Mögliche. Wenn hier eine Person es sowieso nicht schafft, über ihren oder über seinen eigenen Schatten zu springen, das ist das, was ich auch so wahrnehme hier. Also hier ist wirklich, hier wurde man enttäuscht, auch hier, hier wurde man irgendwie enttäuscht, jemand, es könnte natürlich auch so sein, dass du, dass hier jemand spürt, dass du es bist, dass du irgendwie sehr enttäuscht bist, dass es nicht weiterging, dass man traurig ist, was auch immer. Also hier spürt man förmlich diesen Kummer, weil man ja in einer Sache den Himmel auf Erden gesehen hat und sich den gerne ins Leben holen wollte. Aber wie sieht es denn aus? Was sagt man hier trotzdem für Gefühle füreinander? Wow, das Rad des Schicksals, die Liebenden, den Ritter der Kirche, jetzt wird es spannend für viele. Und wir haben die sieben der Münzen. Also es ist definitiv, wird es so sein, dass plötzlich, wie aus dem Nichts, eine glückliche Wende kommt. Also du, du, wenn du jetzt hier der, die Verletzte bist, keine Ahnung, irgendwas dreht sich hier um 180 Grad, dann kommen die Liebenden. Also wirklich wahrhaftig ist hier eine Person, die dich liebt. Aber wenn hier diese Person es nicht geschafft hat, über seinen, ihren eigenen Schatten zu sprengen, könnte es sein, dass du hier nicht mehr daran glaubst. Dann könntest du die Person sein, die dann hier einfach nur noch traurig ist. Und im Endeffekt Herzschmerz, Enttäuschung, Liebeskummer, also auch so radikal. Ja, so nehme ich das auch wahr. Aber wofür die Liebenden stehen, ist auch, wenn eine bestimmte Person, die ja jetzt sowieso erst mal sich selbst reflektiert und sagt, weil wir haben ja hier den König der Stäbe immer noch mit drin, wo eine Person ist, die ja hier auch selbst auf sich schaut. Dann könnte hier jemand wirklich reflektieren, weil man nicht über seinen eigenen Schatten gesprungen ist. Boah, scheiße, ne? Weil hier geht es um eine glückliche Wende. Ich muss, ich muss noch mal zurück. Ich muss hier wirklich noch mal eine Entscheidung treffen aus Liebe. Und da weiß auch jemand, dass man auch sehr verliebt in dich ist, wirklich auch Gefühle für dich hat. Und hier möchte jemand Frieden und Harmonie. Also es könnte hier jemand wirklich noch mal in dein Leben zurückkommen, um zusammen mit dir hier die sieben der Münzen ja doch zu erbauen. Ja, weil hier mit den Ritter der Münzen, hey, komm, ich habe ein Angebot für dich. Wie sieht es denn aus, wenn wir jetzt mal hier langsam zusammen sein und so? Dann kam aber hier dieser Schmerz. Das hat dich total enttäuscht, wie auch immer. Und plötzlich merkt hier jemand, ey, ich will die Versöhnung. Ich will mich versöhnen. Und komm, lass uns ein Sämchen setzen, dass das Ganze hier wirklich Erfolg hat auf Dauer. Und dann kommt ja hier die Sonne. Wenn hier das Sämchen wirklich gesetzt wird und jemand über seinen Schatten springt, dann kann hier wirklich was wachsen und gedeihen. Auf lange Sicht. Was Wunderschönes. Also das bestünde hier auf jeden Fall die Möglichkeit. Also es könnte sein, dass ihm oder ihr jetzt demnächst wie aus dem Nichts klar wird, Scheiße, ich muss aufstehen, ich muss handeln. Ich will mich wieder versöhnen. Und dass hier jemandem auch wirklich klar wird, ich habe ihn oder sie hier mega enttäuscht. Wovor hat man denn Angst? Gibt es irgendwelche Ängste oder wie darf ich die Geschichte weitererzählen? Wir haben die vier der Kelche, wir haben den Sieg und wir haben die neun der Stäbe. Das kann ich dir sagen, wovor hier jemand Angst hat. Jemand hat Angst, dass du sagst, nö, jetzt will ich aber nicht mehr. Und jemand hat Angst, dass das dein Ego aufpolieren könnte, in dem man sagt, ja, ich liebe dich, ich vermisse dich, ich will dich zurückhaben. Es ist so, als könnte jemand denken, diese Genugtuung, das mache ich nicht. Und ihr spürt, das ist ein sehr kindliches Verhalten, wenn ihr jemand vor sowas Angst hat, dass man das Gefühl hat, ja, dann ist die doch gleich da ganz oben auf dem Podest, wenn ich hier wiederkomme und erzähle, was wirklich los ist. Und deswegen kann es auch sein, dass man auch Angst davor hat, dass du auch sagen könntest, komm mir ja nicht zu nah. Wie viele Verletzungen würdest du mir hier noch zufügen? Hier ist ja eine Person, die hat ja schon die Binde hier auf, die hat schon ein paar Kriege geführt. Und, ja, es ist so, jemand hat auf der einen Art wirklich dann Bedenken, na, wenn ich jetzt wiederkomme, dann will die vielleicht hier auch gar nicht mehr. Und wenn ich ihr oder ihm sage, wie viel ich empfinde, dann poliere ich ja noch das Ego. Und, ja, und dann poliere ich das Ego und nachher kommt eh nichts mehr zurück. Das ist das, ne? Das, aber die Sache ist die, warum hier jemand nicht reagiert, ist, weil diese Person einfach aus dem Ego heraus handelt, ne? Na, weil dann kommt dann auch gleich wieder so ein bisschen dieser Mangel, na ja, aber ich hab's doch verdient, ne? So auf die Art. Also das ist hier so ein bisschen, was ich wahrnehme, ne? Weil hier jemand, ähm, ein bisschen instabil ist. Und weil ich das auch so hatte, plötzlich mit diesem glücklichen Leben, was macht, was macht uns glücklich? Was gehört zu einem glücklichen Leben? Das ist wirklich ein stabiler Partner. Wenn man jetzt mal wirklich, äh, wenn wir jetzt mal alle ehrlich zu uns selbst sind, was willst du mit einem Partner, der nicht weiß, was er will? Und ich habe hier eine Situation oder eine Person, die wusste, was sie wollte. Den Himmel auf Erden. Aber hier ist jemand hinher, hinher, wie Ebbe und Flut. Und irgendwie, wenn du jetzt mal wirklich in dich hineinspürst, hast du wirklich mehr Lebensqualität, wenn du einen Partner oder eine Partnerin an der Seite hast, die Stabilo ist. Ja? Zwei Instabile, das wird ganz schön wackelig. Ein stabiler Partner ist die Möglichkeit oder die Möglichkeit bestünde, dass hier jemand auch mehr stabiler wird und auch merkt, hey, mein Leben fühlt sich irgendwie besser an. Macht mich glücklicher. Gerade wir Frauen, wir sind ja sowieso emotionaler und das ist ja dann auch das Schöne an den Männern. Die sollten ja die Stabilos da auch sein, die dann auch einen gewissen Halt geben. Aber ich will nicht zu tief eintauchen. Es gibt verschiedene Krankheiten, es gibt so viele verschiedene Beziehungsdynamiken, aber es ist einfach so und darauf gehe ich jetzt nochmal zurück. Das, was uns wirklich glücklich macht, ist ein Partner, der stabil ist. Stabil an unserer Seite und natürlich auch und das wollen wir auch alle. Wer will verarscht werden? Wer hat da Bock drauf, dass da irgendjemand noch ist, der zig andere Frauen oder Männer an der Seite hat? Küsst mich, wenn ich falsch liege. Auf Dauer macht es einen unglücklich. So, der mögliche Ausgang. Wow, die Welt, alter Schwede, das wiedergefundene Paradies. Das Gericht, die Wiederauferstehung, der erlösende Kuss. Was ist hier los? Ah, hier sind meine Freunde wieder. Hä? Habe ich alles nicht gewusst. Drei der Münzen. Also, was hier sehr schön ist zu sehen. Hier ist eine Situation, die abgeschlossen werden darf. das heißt, hier darf Kummer vergehen. Sorgen dürfen schwinden. Also, die Welt ist eine sehr hohe Karte. Also, das ist der Wahnsinn. Also, es ist auch für mich so ein Gefühl von Freiheit. All eins sein. Also, ich nehme so wahr, einige könnten hier wirklich sich selbst wiederfinden. Dass es gar nicht so wichtig ist, na, meldet sich hier jemand, ne, wenn hier jemand sowieso sich denkt, na, das Ego poliere ich doch sowieso nicht, dann nehme ich hier so wahr, dass es dir so demnächst gehen könnte. Es könnte sein, du könntest das Gefühl haben, ich kann die ganze Welt umarmen. Es ist schön. und natürlich kann es für dich auch selbst stehen, zusammen mit dem Gericht, dass du dich ausgelaubt gefühlt hast, ausgebrannt, wegen dieser Verbindung, die dir hier so viel Kummer bereitet hat, ne, dass du aber auch wie aus dem Nichts wieder, ach, du könntest dich wirklich schon tot gefühlt haben, ne, ich liege nur noch am Boden, ich bin irgendwie nur noch depressiv, es geht nicht mehr weiter. Dann habe ich, du wirst wieder aufstehen. Du wirst wieder aufstehen und tatsächlich auch hier ein Neuanfang beginnen. Du wirst wieder strahlen, wie die Sonne. Und du findest eine geistige Richtschnur, wie du dein Leben in den Griff bekommst, auch in Sachen Liebe, Beziehung und so weiter. Und eigentlich ist es nun hier wirklich schon scheißegal, ob hier jemand wieder zurückkommt oder nicht. Denn das Wunderschöne ist, das ist der Wahnsinn. Du kannst einatmen, ausatmen und es ist so wie ein neues Leben. ein neues Leben beginnt für dich. Und da gibt es bestimmte Menschen, die dir dabei auch helfen könnten. Das sehe ich auch so. Ich sehe jetzt nicht direkt, dass ihr hier wieder zusammenkommt oder irgendwas, weil hier verharrt ja jemand noch in seiner Angst. Es geht, und das passt auch so schön in die astrologische Kombine, dass wir ja jetzt auch wieder mehr zu uns finden. Was wir fühlen, was wir wollen, für uns mehr einstehen. Das ist hier wunderschön zu sehen, weil das wirst du tun. Ja, das ist das, was ich hier so wahrnehme. Und natürlich kann es auch sein, dass für einige wirklich hier der erlösende Kuss kommt. Dass wirklich jemand kommt und Baby. Dass dann wirklich sich jemand dafür seine Ängste dann tatsächlich auch wirklich überwindet und letztendlich sich wiederfindet dich wiederfindet. Lasst uns mal weiterschauen. Ich gucke mal hier noch im Kati. Also es ist eine sehr schöne Botschaft. Und das ist das, was ich auch, was wirklich sehr schön ist, das auch zu erkennen, zusammen mit der Sonne als Hauptthema. Ja, die Sonne bestrahlt die Welt, das Gericht, all das, was sich so anfühlt, wie es wäre tot. Es darf nicht sein. Alles wird so gefühlt bestrahlt und man merkt nicht, dass ihr bestrahlt seid. Das nicht, aber ihr schafft es, die Dinge so anzunehmen und so zu akzeptieren, wie sie sind. Ihr lernt daraus ganz viel. Aus dieser Verbindung lernt ihr mega viel. Lasst uns mal auf das Gericht schauen, auf den erlösenden Kuss. was wir haben hier. Okay, also Wahnsinn. Blockaden werden in deinem Leben gelöst. Hindernisse, Steine, die dir gefühlt in den Weg gelegt worden sind, ein Kummer verschwindet. Also das ist, ja, ich hätte euch jetzt, oh guck mal, hier ist ja ein Bärchen noch. Das Bärchen möchte sich noch zeigen. Schön. Es ist so, jemand, krass, ey. Es kann wirklich sein, dass du dir deine Macht über dein eigenes Leben zurückholst. Ja, wenn du das Gefühl hattest, du warst in der letzten Zeit irgendwie so truff oder in den letzten Jahren, ich sehe hier ein mega, mega selbstbestimmtes Leben. Ja, du nimmst dein Leben in die Hand und lässt es nicht mehr zu, dass andere irgendwie versuchen, Macht über dich auszulegen. Aber, habt ihr das gesehen, wie die Karte gefallen ist? Lasst uns mal schauen. Ja, also es ist auch wieder hier, die Routen. In den Zwiespalt sein, geh ich, geh ich nicht, klär ich noch mal, klär ich nicht. Wie kann ich die Situation bereinigen? Keine Ahnung. Also es ist aber auch hier Macht, Missbrauch. Lasst es euch mal auf der Zunge zergehen oder googelt mal, was Macht, Missbrauch heißt. Und das ist etwas, was du definitiv hinter dir lässt. Ja, und das ist eine Mega-Blockade, wo einige jetzt drauf kommen werden. Was heißt Macht, Missbrauch? Und dann ist hier wirklich, ich habe hier den Brief, das Kind, wieder das Kind, das nehme ich auch so wahr. Wow. Wow. Also hier kommt definitiv, hier kommt, hier kommt jemand zurück. Hier wird dir jemand über Umwege schreiben. Hier will jemand wieder neu anfangen mit dir. Obwohl es eine Situation ist, wo man irgendwie das Gefühl hat, meine Macht wurde missbraucht. Da haben wir das wieder. Vielleicht warst du in so einem Geber-Modus, in so einem Helfer-Syndrom. Ich habe gegeben, 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 gegeben. Und viel kam da nicht. Ich habe noch mehr gegeben, damit ich noch mehr Liebe spüre oder damit ich gesagt bekomme, dass er mich liebt, dass er mich lieb hat. Keine Ahnung. Und hier habe ich einen Machtmissbrauch, wo aber plötzlich, aus Gründen, warum auch immer, es kann auch sein, du hast ihn blockiert, gelöscht auf Social Media, hast eine neue Telefonnummer, du möchtest auch nicht mehr. Das kann auch sein, dass einige komplett sagen, nein. Weil ich ja hier sehe, ich habe die Welt, das wiedergefundene Paradies, du kommst da hin. Und wie ist es meistens, wenn du da hinkommst, dann kommt das andere zurück. Und dann ist es so, dass hier wirklich eine Nachricht, hier möchte dich eine Nachricht erreichen. Und pass auf, und das ist nicht nur eine Nachricht, das ist eine Nachricht über Umwege. Das nehme ich hier definitiv so wahr. Das heißt, jemand könnte versuchen, einen Weg zu finden, um dich vielleicht wieder zu erreichen und eine Liebe öffentlich zu machen. Tatsächlich ja. Und was aber hier wichtig ist, diese Liebe, die hier öffentlich gemacht werden soll, sehe ich jetzt nicht. Das ist jetzt nicht diese gefühlsmäßige, tiefe Liebe, die man jetzt für dich empfindet. aber hier kommt noch mal was, wo man sich vielleicht melden könnte und dir wirklich offenbart, dass man dich ja liebt. also das gilt wirklich für einige, die durch die Angst gehen oder die Vermutung haben, man könnte dein Ego damit polieren, die ja dann doch letztendlich über ihren Schatten springen. Und warum macht man das? Weil man das Gefühl hat, dass es die einzigste Lösung ist, um dich vielleicht noch halten zu können. Aber, meine Lieben, ganz wichtig, wenn hier wirklich eine bestimmte Form von Missbrauch vorgefallen ist, dann überlegt euch, ob ihr das noch annehmen werdet. Ja, das ist das, was ich hier sehe. Also hier auch wieder mit einer kleinen Vorsicht zu genießen, denn ich sehe ja, ihr kommt wieder bei euch an, ihr erwacht sozusagen gefühlt aus den Toten, wuppt euer Leben, ihr habt dazugelernt, das war eine Lektion für euch vielleicht auch, dann lernt auch dazu. Denn das Universum prüft, wird prüfen. Wir haben, ne, wirklich prüfen, wie weit bist du? Hast du die Lektion wirklich gelernt? Und das geht so weit, wie es gehen soll. Guck mal. Wir haben, wow, also wir haben das Schiff und den Sarg. Also ich erkenne, hier werden einige wirklich sagen, nein, diese Reise ist beendet. Ja. Lasst uns mal ein Herzchen geben. Herzelein, was hast du zu erzählen? Wow, schau dir das an. Du gehst hier deinen, du hast ne, 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 Neuanfang. Ich habe hier einen Neuanfang für dich. Es könnte hier wirklich ein neues Abenteuer auf dich zukommen. Und du wirst es mit offenen Armen empfangen. Und du lebst jetzt deine Träume voller Leidenschaft. Ja. Und ich habe hier die Verspürtheit. Also du kommst wirklich auch wieder in deine Kraft. Du kannst, du siehst das Leben. Leichter, locker, fluffig, wie auch immer. Es ist, es ist wunderschön. Also ich habe, für viele wird es jetzt wirklich wichtiger sein, den Fokus auf ihr wahres Selbst zu fokussieren, auf ihr Leben, dass die Sonne wieder scheint, raus aus der depressiven Phase da, was ihr da habt. Guckt mal, unterm Kartendeck die Sonne. Schaut euch das an. Wahnsinn. Ich müsste ja hier voll geblendet werden, von der vieren Sonne hier. Wunderschön. Also, eine Reise geht zu Ende. Und etwas Wunderschönes, Neues beginnt für dich. ein neues Leben, ein neues Abenteuer, Kraft, Energie, Wärme und ein neues Abenteuer. Das heißt, mit der Sonne, ich glaube, das habe ich gerade eben schon mal gesagt, neues Abenteuer. Die Sonne steht auch für die wahre Liebe. Steht auch für einen Verlobungsring. Keine Ahnung. Aber hier kommt, könnte jetzt wirklich auch die wahre Liebe kommen. Vielleicht auch die wahre Selbst. Liebe. Selbst wenn es nur das ist, dass man erkennt, hey, was ist eigentlich mit mir? Puh. Tja, und andere wiederum, die werden nochmal eine Runde drehen müssen, dann wahrscheinlich. Aber dann muss ich auch sagen, die bitte ich wirklich darum, Google bitte, was es heißt, was macht Missbrauch. heißt. Oder Co-Abhängigkeit. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Oder eben der Narzissmus selbst. Meine Lieben, wenn euch das gefallen hat, heute sage ich es, beim letzten Video habe ich es nicht gesagt, aber heute kann ich es sagen. Würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal kostenlos abonnieren würdet. Klickt auf diesen roten Button oder dieses rote Wort. Ich habe es immer noch nicht auf dem Schirm. Da steht Abonnieren drauf. Aktiviert das Glockeseil daneben. So verpasst ihr keines meiner Readings mehr. Schaut auch gerne mal unter das Video. Vielleicht ist da noch irgendeine Frage, die offen steht. Jetzt komme ich schon wieder ins Häupern. Ich habe euch lieb. Und bis bald. Tschaui.